Moin Moin Leute und herzlich Willkommen zurück in Minecraft Story Mode. Ich find's echt doof von mir, dass ich nicht drauf achte, wo wirklich die Speicherpunkte sind, weil ich darf jetzt die ganzen Verhöre nochmal machen. Aber keine Sorge, das kennt ihr ja schon, von daher ich skipp gleich mal zu dem Punkt, wo wir in der Küche sind. Haltet die Socken still, bis gleich. Wenn wir nicht schauen. Danke, Lucas. Und da sind wir endlich in der Küche. So, äh... Genau. Und eigentlich hätte ich... wäre doch hier ein perfekter Speichergrund gewesen, aber nein. Gut, gucken wir erstmal den schönen Creeper. Das Schild hat... ...Eiehörungen? Oh, ja. Na, guck mal einer an. Und der Schalter war für die Falle, ganz klar. Und der Schalter war für einen secreten Passageway. Sehr clever. Was glaubst du, dass das Lever macht? Okay, alle. Sicherlich, dass du nicht nahe nahe an der Aero-Trap bist. Eine von diesen Potion-coverten Aeroen. Nass. Well, sieht aus, wie wir herausfinden, wie der weiße Pumpkin hat Tork-Dog. Ja, und wie er sich um die Haus zu kommen. Der hat seine eigenen Geheimgänge, aber noch nicht weitergehen. Ist er noch jemand zu investigieren, den creepy Passageway? Ich glaube, wir haben zu weit gekommen, um sich jetzt umgekehrt. Ich wollte eigentlich noch den Rest der Kirche untersuchen, verdammt. Dann, ich habe nämlich eigentlich versucht, erst das Unscheinbare zu untersuchen, damit ich wirklich alles mitnehmen kann. Aber die Chance hat man mir nur leider vorwehrt. Naja, vielleicht kommen wir ja nachher nochmal. Obwohl, brauchen wir ja nicht, wenn wir eh schon den Weg gefunden haben. Killer-Instinkte. Aha. Der neue Erfolg. Ich hoffe, Dan ist okay, lockt sich in der Bibliothek. Wir könnten sie in einen größeren Gefahr bringen. Er wollte es doch so. Was, wenn es mehr Trapien gibt in da? Well, selbst wenn es nicht die richtige Person ist, ist er zumindest sicher. Ich glaube, das macht Sinn. Sort of? Was denkst du, dass das ist? Keine Ahnung. Aber schau! Ein Leber! Nicht drücken, nicht drücken, nicht drücken, nicht drücken, nicht drücken. Die Menge Rettstöne-Wirre, die in diesem Ort muss geblieben werden, ist unglaublich. Ivor, nein! Was denkst du, ich bin? Gents? Ich habe es nur gesehen. Oh, gut. Danke für den Wert der Hoffnung, aber... Entschuldigung. Ich dachte, der zieht halt dran. Siehst du, irgendwas, die dieses Leber mit sich verhängt wird? Mach so ein Creeper-Bild wahrscheinlich, oder? Nö. Na, ist alles klar. Wo ist die Karte? Ich sehe... In die Bibliothek! Oh, fuck. Ich weiß, dass du den Blond schreitst. Du musst mich nicht lieben, Dan. Ich weiß, es war ein Erkrank. Ich weiß, du bist nicht der weiße Pumpkin. Oh, danke dir. Das ist so ein Erkrank. Ja, es war ein Erkrank. Ich fühle mich schon seitdem. Es ist so ein Erkrank, dass ich darüber gesprochen habe. Es hat mich absolut innen gebrochen. Ich bin sicher. Ich habe nur... Hast du nichts gelernt, über die nicht zu drücken? Oh, komm mal. Nichts wie das passiert, wenn ich einen drücken drücke. Ich fühle mich einfach so drücken. Ach so, der hat einfach nur so aus Schneugierde gedrückt. Aber erst mal kurz. Cheers. Da war. Der weiße Pumpkin, er ist da drin. Dann gehen wir deinen Fett. Nur am besten den Hebel abziehen irgendwie. PUNK! Was für uns? Was ist denn los? Die Tür ist verletzt, Jesse? Spiders sind überall. Okay, ich will sehen, ob ich sie in den anderen Weg kann. Na ja, aber ich bin eh, je nachdem, dass sie sich, äh, lieber meine Freunde retten, als, als anderer zu verfolgen. Vorsicht! Kein Problem. Haben wir alle? Aber der Kürbis wahrscheinlich entkommen. Er ist weg. Für jetzt ist es Zeit, um zu kommen, um zu kommen, um zu kommen, um zu kommen. Ich warst du von den Bänden. Wir müssen uns sprechen. Oh, nein, 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 nein. Du hörst das Teil, ich sagst, war ein Accident, richtig? Ich bin Innocent. Ich habe den Mannen, um mich zu glauben, um mich zu glauben. Ich könnte, ich könnte, ich könnte, ich könnte, in der Kürbis in der Kürbis, und nicht zu tun, etwas anderes, für den ganzen Tag der Nacht. Oh, das ist ein Relief. Das ist eine große Relief. Warte, du kamst aus dem Portrait in der Woll, richtig? Ja? Ich sah einen, wie das, auf der Stadion. Was, wenn... Ja, vielleicht das weiße Pumpkin... Ah! Nee! Du Drecksack! Das ist mein Kürbis. Komm, komm! Killt der einfach Lissi! Du musst nicht durchlaufen! Alter, wenn ich den Typ mal wünsche! Komm, schaschlig in vier Blöcken. Try to keep up! Fick, du! Okay. Yeah! Oh, damn it. Komm, 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 komm! Versteht du, sie rinnen nicht! Oh, dieser Mann. Dieser Mann ist fit. Okay, also wissen wir schon mal, nicht Lukas. Ausdauertraining, würde ich sagen. Lukas? Warte mal, mach mal den... Der hat ihm den Helm aufgesessen. Okay, ja, das sieht ziemlich schlecht aus. Lukas, du lässt das weiße Pumpkin weg! Hey, ich kam wirklich nah, okay? Er hat mich von Überraschung, er hat dieses Pumpkin an meine Hände. Ja, das war nämlich klar, weil der... Der hatte nämlich vorher definitiv ein anderes Outfit an, also er war es nicht. Und er war ja auch im anderen Platz. Huh? Du hast das weiße Pumpkin! Grab ihn, kurz! Auf ihn! Geh aus unserer Weg, Jesse. Ja, es ist alles in der Öffnung jetzt. Du kannst nicht mehr ihren Freund defendern. Nein, nein, nein. Ich weiß, was hier passiert ist und ich will nicht auf ihn stehen. Einer von euch ist immer das weiße Pumpkin. Und du hast es nur versucht, es auf Lukas zu knallen. Ja, bold words. Especially coming from someone with a knack for locking up innocent people. Es ist die Facts, Jesse. Diese horrible things only started happening when your group arrived. Und jetzt, Lizzie ist auch weg. Ich sage, wir holen sie raus und lassen Natur take its course. Was? Outside, outside? Wo alle die Googlis sind. Nein, du kannst das nicht tun. Das? Ja, ich weiß nicht. Ich habe meine Gefühle über Lukas, aber Jesse hat mich geholfen. Und du hast versucht, Lizzie zu schützen. Ich fühle mich nicht richtig an, dass du deine Freundin in den Zombien hast. Bravestands. Danke. See? Du hast alle gehört, Dan, richtig? Okay. Danke. Keine Ahnung, noch nicht zu erinnern. Wir müssen noch etwas machen mit dir, damit du nicht freiwillig fliehen kannst. Du hast mich in einem Klozett oder so? Es gab einen Klozett in der Hauptstelle mit einem schönen Türkei. Es scheint ein perfektes Ort, um jemanden zu schützen. Warte, ich war meistens schrecklich. Ich glaube, das ist fair. Aber ich stehe vor, weil ich ihn noch nicht vertraue. Ist das cool mit allen? Das ist lustig, weil ich nicht vertraue dich. Das ist gut, Jessi. Ich werde über Lukas gucken. Awesome. Komm schon, Cassi. Aber nicht gehen, keine lustige Ideen. Blonde, das ist nicht, weil ich dich liebe oder nichts. Nein, natürlich nicht. Geh kalt. Die Präsidenten müssen nicht sprechen. Okay. Was müssen wir jetzt tun? Wir müssen herausfinden, wie wir Lukas Namen klären können. Und ich würde es lieber später machen, als später. Es scheint, dass einige dieser Leute ein bisschen verrückt werden. Der weiße Pumpkin konnte, dass dieser Raum rauskriegen, wenn Lukas ihn in den Raum fliehen konnte. Wir müssen herausfinden, wie er das gemacht hat. Das klingt wie ein Plan für mich. Es muss irgendeinen Ausweg geben. Und ich hoffe, dass ich diesmal nicht wieder was vergesse. Oder übersehe. Dan, ich weiß, dass du innozentig bist. Aber du bist noch ein Suspekt, Stampy Cat. Ich habe einige Fragen. Geräusche? Wo warst du, als du in der Schuss mit dem weißen Pumpkin ging? Ich... Ich will nicht sagen. Oh, komm mal, Stampy. Du machst dich nur mehr schuldig. Wo warst du? Okay, ich war in einer Körner, zu mir selbst schüttelte. Das klingt mich. Mhm. Okay, ich lasse euch jetzt an. Das klingt gut. Na, ob man das glauben soll? Obwohl... Ich glaube nicht wirklich, dass es Stampy ist, auch wenn den viele belasten. Der hat... Der scheint mir nicht so der Typ dafür zu sein. Also, ich tendiere so jemanden wie Cassie oder so, die halt wirklich diesen Stimmverzerrer benutzen, um wirklich männlich und tief zu klingen. Irgendwie so. Ich glaube, das ist ein bisschen schüttelig. Ich bin nicht so schüttelig wie Lucas. Wo warst du, als ich den Pfarrer blühen? Ich mache Cookies. Ich habe ein Schmerz, wenn ich nervös bin. Ich gehe nicht da, Stacey. Okay. Okay Hätte sein können, dass da was ist Wie sieht's hier aus? Ja! Wow, ein anderes secretes Passage. Das ist kein Haus, das ist eine Pyramide. Well, das sieht ausreichend. Ich frage mich, welche Ordnung diese müssen, um zu sein. Ich meine, man kann ja nur rumprobieren, ne? Hm, das sieht aus wie einer der Pfeile, die Torquedoc töten. Ich glaube, das ist nicht eine Coincidence. Ja stimmt, die Pfeile kamen ja zuletzt, ähm... Das heißt, eigentlich nur die beiden tauschen. Nee. So. Genau. Äh, wie können wir jetzt hier wieder zurück? Hallo? Ich habe gerade gedacht, das sieht genau wie das weiße Pumpkin-Achse. Ich frage mich, ob es eine Art Verbindung gibt. Okay, das sieht aus wie ein Schritt in die richtige Richtung. Okay, das sieht aus wie ein Schritt in die richtige Richtung. Nice. War nicht ganz so schwer, das wird so. Oh wow, du musst es öffnen! Ja, ihr müsst hier bleiben. Es könnte gefährlich sein. Nein! Ich will dich wirklich in deinen Freunden, schrecklichen, schrecklichen Passage. Ah, wirklich? Denkst du wirklich, Lucas, heute... Du hast noch nicht gewonnen, dass er noch nicht hat. Technisch wahr. Hey, komm mal, kühl es. Wir sind alle zusammen, nicht wahr? Es ist egal. Ich dachte, du wärst auf deiner kleinen Freundin. Ach, du wirst was? Sie sind nicht wert. Komm schon. Wow, das ist tief. Ich glaube, das führt zu dem, was der weiße Pumpkin nennt. Ich frage mich, wie er da kommt. Ich frage mich, wie er da kommt. Vielleicht, in addition zu über die Stücke, er kann über die Stücke fliegen, für alles wir wissen. Ach! Was ist mit dem los? Es ist einfach... Ich bin wirklich über Lukas. Es sind Leute denken, dass sie alle sicher sind, aber der weiße Pumpkin ist immer noch rum. und er kann wieder auf jeden Fall streiten. Nicht zu erwähnen, alle die Leute da hinten sind so ungratvoll, so schade. Ach! Es ist einfach so frustrierend. Petra, keine Ahnung. Wir werden das weiße Pumpkin stoppen, weit bevor er jemanden andere kann. Es wird gut sein. Du bist richtig. Du bist richtig. Ich weiß, dass du richtig bist. Ach! Ach! Es ist einfach... Ich musste das wirklich aus meiner Beine rausnehmen. Wir werden das durchführen. Wir beginnen mit dem, wie wir da unten kommen. Du kennst die Drill. Was hast du in deinem Inventor? Habt ihr nicht alle diese Kugeln? Entschuldigung. Entschuldigung. Ich war vorhin vorhin. Wie war das Habit? Well, glücklich, die sollten nur den Trick machen. Du denkst die Drill? Ja. Ich werde viele von ihnen brauchen. Ich werde dich rennen. Du bist auf. Okay. Okay. Done. Don't. Oh man. Also. Thanks. I needed that. Alright. We got a lot more of these to make. Let's get to work. Later. Okay. Okay. Das ist eine. Let's go. Wollte grad sagen. Das... Aber wir haben sie aufgemotert. Das ist doch schon mal was wert. Alright. The Science of Deduction. Warte mal kurz. So will ich mal schnell wissen. Was ist Deduction? Ah. Ach so. Die Kunst der Schlussfolgerungen. Alles loch. Sagen Sie viel guuuu. Ja. Ich hoffe, das funktioniert. Denkst du, wir werden hier den weißen Pumpkin finden? Mit all diesen secreten Passageplänen? Ich werde ehrlich sein. Ich hoffe, dass wir das machen. In dieser Zeit ist er nicht weg. Brutal. Ich mag es. Wollte grad sagen, Petra hat so wenig Angst. viele und viele Zombies? Ja, ich glaube. Ich habe sie auch angefangen. Ach, Ditto. Echt. Schau. Ich würde gerade sagen, die werden da drinnen sein. Das erklärt alle Zombie-Näuse. Ich bin gerade am Aufnehmen. Wieso? Ich habe gerade auf Pause gemacht. Was ist denn? Mitten in der Aufnahme. Ruft die Frau von der Sparkasse an. Ich glaube das nicht. Nee, die macht ja auch nur ihren Job. Gut, von daher, weiter geht's. Das erklärt zumindest schon mal die Zombie-Horne. Wobei mich die Tür echt extrem an The Walking Dead erinnert, wer da schon mal geguckt hat. Und ich denke mal, das haben viele von diesen Krankenhaus-Türen. Oh, ein bisschen wie ein Zombie-Spawner. Hat das nicht, dass ein weißes Pumpkin tatsächlich das See von Zombies außen gemacht hat? Ja, das sieht so aus. Was ist denn das? Das ist ein Dings-Rohr-Transfer-System. Also, dass du da Sachen transportieren kannst. Für die Inventare, alles klar! Ich denke, das ist, wo die Leute die Sachen gehen, nachdem die Hoppern am Stadern sie abzuhalten. Du bist richtig. Ich denke, das ist Lizzy's. Okay, aber wo ist die Lüte gehen von hier? Hopefully, nach dem White Pumpkin. Hey, du siehst die Lüte, die aus dem Tunnel auch rauskommt, oder? Huh? Oh, ja. Und es sieht nicht aus, wie es sich blockiert ist, wie alle die, äh, Zombie-Spawner. Wir können da hochkommen. Ich denke, wir können die Lüte gehen, woher es geht. Das ist großartig. Schön, gut. Wie willst du da hochkommen? Ich glaube, wir können da hochkommen, Petro. Wir werden hochkommen. Okay, ich denke, wir können von hier zu hochkommen. Jump, jump, jump! Spring, spring! Komm, spring! Schnippsie! Ich hab dich! Ja, gotcha. Das war... ... fast verarschend. Danke, Jesse. Kein Problem. Schöne Katze. Von Cassie. Weird. Das klingt fast wie... ...Katzen? Das war eine Attrappe. Das habe ich auch schon gesehen. Es ist nur ein bisschen eine... ...Growing-Station. Weird. Versteckt euch! Und jetzt ist Lucas. Wow! Stampi-Katze! Boy, you gave me a fright. What are you doing down here? What are we doing down here? Yes, it looks terribly suspicious, you know? Looks like we're catching you in the act, White Pumpkin. No, not me. That's not me. I was just curious. Come on, you guys. I can't be the White Pumpkin. I'm Stampi-Kat. I'm no murderer. Huh? I needed to find you, because I have something important to tell you. Und zwar? I have something to confess. Something I haven't told anyone. Where is this going? I stole it from Dan. It was just supposed to be a joke. A harmless prank, but then... Well, you've seen what happened. Wow. Who would have thought? I knew people wanted it, but I had no idea that this would happen. Why didn't you tell anyone? I was scared, okay? People started dying, and then... I... I didn't want them to think, that I did it. I may be a... Gut, im Moment sehe ich jetzt ein bisschen blöd aus, weil ich meine, ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass er es war, dann habe ich ihn doch beschuldigt auf frischer Tat. Das war bekloppt. Hat nur gerade so gut gepasst. Und er kiebt Leute dafür, und jetzt sind wir in seinem Lär. Ich dachte mir, vielleicht sollte ich es nur an den White Pumpkin geben. Nein! Was? Vielleicht würde das alles stoppen, oder? Vielleicht? Ich denke, du solltest es zurückgeben, das ist nur fair. Ja, ja, du bist richtig, das ist besser. Das sieht aus wie ein Lärdor, wenn ich einen gesehen habe. Zieh den Hebel! Oh, wow. Was soll das sein? Ich würde das nicht in meine Top 10 Pläne, die ich noch nie bin. Wieso hat der Katzen hier? Wir werden hier raus, als nächstes wir etwas finden, das die White Pumpkin-Identität prüftet. Wahrscheinlich mag er es ja einfach nur. So will ich ja. Katzen! Oh, nein. Da kann er sich mit Essen versorgen. Erst mal mit Böden reden. Sind Sie alle okay? Ich werde ehrlich sein, ich bin ziemlich über Lukas. Wenn das White Pumpkin nicht hier unten ist, muss er immer noch nach oben sein. Aber ich dachte, dass ich okay war, weil ich nicht so gut und keine Emotionen fühle. Aber ich habe begonnen, zu verwenden, dass es eigentlich ein Schock war. Ich glaube, dass wir diesen Schock haben, wir werden hier weit öffnen. Ich glaube, dass dieser Schock hat... Oh, ja, wir haben Stücke. Was anderes? Oh, wow. Und Enderpearls. Sweet, das muss doch sein, wie das White Pumpkin das Elevator-Schaft getroffen hat. Das sieht doch aus. Sag ich doch, es ist eine von denen. Na dann können wir irgendwas herstellen. Ah. Nichts, ich glaube, es ist eine von den Schocken-Schocken-Schocken. Nein, eine schlechte Kette! Oh, schuldige Kette. Ich brauche etwas, um dich zu enttäuschen, wenn ich den Kopf öffne. Einige von diesen würden mich überzeugen, dass ich den Kopf öffne. Aber wie werde ich einen? Nein, nein, nein. Ich brauche nichts, was ich für mich verwenden kann. Ich brauche das Ding, das Netz dazu. Ja, das ist ja. So? Ne? Auch nicht? Äh... Ach so! Gut, ich habe schon ewig kein normales Minecraft mehr gespielt. Oh, um einen Fisch zu bekommen! Kette lieben Fisch! Ja, und ich habe einen in der Pohnen gesehen. Das wird perfekt sein. Ah! Ah, schönes Fisch, Jesse. Danke! Ich hoffe, dass dieser Kette das liebt. Wie ist das? Ein 52 cm langer Thunfisch! Komm, Kettchen! Bewege deinen Aufbau! Okay, hier, Kette, geh den Fisch. Oh, ich will auch eine Katze! Da geht's! Tschüss! Ah, viele Katze! So viele Katze! Das ist doch schön! Oh, Katze, gib mir die Krippe. Keine Ahnung, Stampy! Keine Ahnung! Ich bin nicht wirklich ein Katze! Ich hoffe, dass ich jetzt endlich in hier kann. Er ist voll von... Porträten. Er hat eine Menge von ihnen. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass er schon hat, dass er alle ausgerufen hat, bereit ist. Ja, neben Petra haben wir Dan, Stacey, Stampy, Lukas, Ivor und... Oh, hey, da ist ich! Aber was bedeutet das alles? Die Katze? Die... 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 Sie... Unein Oh Mann, du bist total richtig. Ich glaube das nicht! Äh, nicht nur ist sie ein weißer Pumken, aber sie hat viel, viel zu viele Katzen. Kommt mal, ihr Leute, es ist Zeit, um Lukas' Innocenz zu prüfen und uns ein weißer Pumken zu holen. Mit dem Porträt bin ich mir nicht sicher, aber ja, es bleibt spannend, meine Damen und Herren, und wir sehen das dann in der nächsten Folge, ob wir den weißen Pumken schnappen oder nicht. Bis dahin mit eurer UKK, und danke für's Zuschauen, Tilly, lasst einen Like da, wenn's euch gefallen hat.